Und damit Keo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Stanley Parable Ultra Deluxe Das ist schon der zweite Versuch die Aufnahme zu machen, ich wollte zuerst das Rocket League Ending machen Das Problem war, dass es genau da, wo wir zu diesem Bucket Quiz kommen Und wo du nicht durch kannst, wenn du einen Eimer dabei hast Und stattdessen machen wir jetzt, anstatt da runter zu springen Ganz normal fahren wir nach da oben und gucken, weil das sagt auch der Bucket zu uns Eben, da oben ist etwas, was du für mich machen musst Genau, und hier sind wir eben runtergesprungen und da hinten geht's zum Dings Ending Aber wir fahren jetzt da oben weiter Da ist ein Ballon, da auch Ja klar, kann auch sein, dass wir dieses ganze, dieses Ending hier schon hatten Hä? Welcher Dark Room? Ist das, das ist doch das Dings Ending, nicht wahr? Hallo Stanley, ich bin das dein Eimer Was passiert eigentlich? Der Stuhl hat keine Kollision, seht ihr das? Der Stuhl hat Kollision, da wurde einfach die Kollision ausgenommen Und wir gehen wieder nach Hause, komm mit Oh, was hier? I played the demo Mind Control Facility I went to the Mind Control Kann das sein? Oh mein Gott Entweder ist das ein Spoiler, wenn man diese Enden noch nicht hat Oder Vielleicht sind das auch alle Endings, die wir schon hatten Oder halt ein paar davon 427 ist ja unsere Nummer Wie cool Drücke M, um zur Arbeit zu gehen Was tippe ich eigentlich genau ein? Hör nicht auf den lauten Mann, drücke N, um nach Hause zu gehen Bitte schreibt sich das mal einer von euch auf Ich kann doch nicht escapen oder so Ja, weiter geht's Pau Um alle in deinem Leben außer mir zu gehen Ja, klar, kein Problem Es ist schade Ich glaube, er braucht mich nicht mehr Von jetzt auf Er wird nur zu diesem Bucke Diesen kaltes, feines Bucke Diesen, ein bisschen Schöner Bucke Hm Ich gebe es dir das Der Bucke hat einen schönen Schöner Ich denke so Wäre es mir für Real oder Stanley Rückkehr 11, um wieder nach Hause zu gehen Ja, ich glaube, es ist für eine näher Inspektion Aber es sieht nicht ganz wie dein average Hardware-Bucke Es ist nur ein bisschen mehr Der Neufolge Digimon Der Neufolge Digimon Der Neufolge Digimon Der Neufolge, um den selben Tag wieder und wieder zu leben Ja, aber Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket Rückkehr 11, um nach Hause und zu arbeiten Nach Hause und zu arbeiten Und nach Hause und zur Arbeit zu gehen Natürlich mache ich das Oh no I'm I'm having feelings For the bucket Oh no 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 What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say Do anything it asks What's wrong with me? I don't understand Perhaps Perhaps if I had the bucket This would be less confusing Yes The bucket could tell me what to do In this troublesome situation Stanley Give me the bucket Give it to me Give me the bucket Stanley I need it Give it to me now Give it or I'll I am literally confused About everything The meeting room Yes, that's where everyone would be Stanley just needed to get to the meeting room And from then on He would never be alone ever again The story had sich verändert Not everyone is so lucky to have a bucket But Stanley is a very lucky fellow Very lucky indeed Stanley clutched the bucket tightly to his chest And entered the door on it This was not the correct way to the meeting room But Stanley had felt the bucket calling to him Telling him that the employee lounge Was simply the place to be And here it was Had the bucket turned out to be correct Was this no Never mind The bucket was wrong Stanley took the door on his left To go back And so the two of them detoured through the maintenance section And walked straight ahead to the opposite door Ne Wir fahren jetzt hier runter Halt, das hab ich schon länger nicht mehr gemacht Und mit dem bucket Ist da vielleicht wieder was besonderes Allerdings ist das so weird Das ist so weird Stanley, I'm glad you've found your way here I knew you'd find this place eventually What? There is the adventure line Your friends and I are concerned for you Stanley We've come together here because we care about you very much It's this bucket you're carrying around everywhere The bucket isn't even from the original Stanley Parable It's just sequel content We're the ones that matter Stanley Classic characters from the first game Like the adventure line and the broom closet Because that's what fans want The broom closet Da waren die Leute Da waren die Leute Not this bucket That they'd never seen before Yes I know I'm the one who gave you the bucket But you're spending too much time with it Don't you want another story involving the adventure line? Ja You could make the adventure line go somewhere new Yes, yes That's what the fans want Let's do it Driving Okay Then let's do it Let's do it What? The line TM I played some silly music as well Woohoo Now this is what the Stanley Parable is all about Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Ey, 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 ey Wir spielen gerade ein... Das ist das komplette Recap von allem, was wir bisher im Game gesehen haben Oh mein Gott Stanley is addicted to drugs and hookers Was? It's as classic now as you want back then Let's do it for the fans, Stanley Let's give them more content exactly like this But if we want to do that You're going to have to do it Ähm, bitte nicht Ich würde gerne meine Monetarisierung behalten Wie cool Denn hier wird's ein bisschen dunkel Das gibt mir Poppy Playtime 2 Vibes Lang, hohen Raum Home Lala, 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 lala Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the Bucket That's why I'm very proud to introduce a brand new character This is the Bucket Destroyer I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley parable True, it also was not in the original game, but it's such a well fleshed out character With so much personality that to me, it already feels as though it's been part of the cast all along Didn't you agree? I agree, but I don't agree Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you Go ahead now, Stanley Say goodbye to the Bucket No! And pop it into the machine when you're ready Das sieht aber so aus, come on Ich bin, ne, ich mach das nicht Nicht den Eimer Das ist meiner Ne, 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 wir können da Ich werde den Eimer nicht zerstören Das ist mein Eimer Wir gehen durch dick und dünn Für unser Leben Der Eimer und ich Es wird langsam laut, die Kopfhörer, Mann Okay, kann passieren Aber ich werde den Eimer nicht loslassen Nicht den heiligen Eimer Ja, wir werden damit keine Eimer zerstören All of its squadron now Goodbye, new friend For the moment in time that you were here You were Magnificent He said it's weird, das ist aber coolste ending Ne, ist es nicht das weirdste I wouldn't say so Wir fangen wieder von vorne an Wir gehen jetzt mal diese Opportunity durch Wir machen das again Aber, ähm, diesmal Destrouen wir auch den, ähm, Bucket Oh, gut, Stanley I'm glad you found your way here I knew you'd find this place eventually You see, your friends and I are concerned for you, Stanley We've come together here Ich schneide euch das ganz kurz So, da sind wir also wieder Vor uns Die schöne Maschine Und Ähm, ich ziehe mich von folgenden Darstellungen Wie bald Nicht jugendfreie Szenen Ziehe ich mich zurück Alles, was nun mit dem Eimer passiert Wie Zerstörung Oder Ermordung des Eimers Sehe nicht in meiner Schuld Liegt das YouTube Team Das ist das Spiel, nicht ich Ich unterstütze keines dieser Sachen Die Linie ist nur auf einer Seite texturiert Ziehe dir das? Hä? Okay, wir können das nicht reinwerfen Cool Sehr schön Machen wir ein anderes Ending Stanley Stanley clutched the bucket tightly to his chest And entered the door on his left Das war's. Stanley, wir müssen weitergehen von dieser Broom-Klossett, einfach weil ich keine Sticker im Rest. Wenn ich das so, kannst du dir garantieren, dass wir hier in den Stunden sind. Aber nein, keine Sticker. Ja, wir gehen weiter. Ich glaub, der wird uns wirklich sagen, dass es da nicht weitergeht. Nee. Ruhig nicht. Der Eimer verändert hier gar nichts. Ja. Es wird ein bisschen verändert. Der Eimer ist weg. 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 Oh Gott. Genau. Er steht in der Ebene. Es wird immer schrecklich. Nein! Ich dachte, jetzt kommt man so, Jumpscare oder so, kann man ja mal auch erwarten vielleicht. Das ist eine Geschichte von einer Frau namens Mariella. Mariella wach auf einem Tag wie jeder andere. Sie eröffnet, wurde getestet, hat ihr Bucke von Sicherheit und Sicherheit genommen und ging zu einem Platz zu arbeiten. Er ist einfach nur richtig schlecht da reinge-Photoshopped. Ist jetzt nicht euer Ernst. Er hatte keinen Eimer. Ich verstehe gar nichts mehr. Die Lore ist so tief. Genau. War das beim ersten Mal auch so, dass sie rückwärts-Saltos bis zur Arbeit gemacht hat? Die Tür geht zu, gar. Ich dachte, man könnte vielleicht mit dem Bucket, ähm, eventuell, kann doch sein, dass heute eine Länge Folge wird, am Zurückgehen oder so. Stan Lee's Bucket, der einzige Co-Worker, den er ever wirklich brauchte. Stan Lee clutched das Bucket tieflich zu seinem Kopf und kam die Tür auf seiner Seite. Ich überlege gerade, wo ich langen soll, links oder rechts. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das war nicht der richtige Weg zur Meeting-Rum. Aber Stan Lee hat den Bucke von ihm gebeten, zu ihm, zu ihm, dass die Lounge der Arbeitgeber war einfach die Ort. Und hier ist es. Hat die Bucke von ihm gebeten, war es nicht so richtig? War es nicht? Nichts. Bucke von ihm gebeten. Bucke von ihm gebeten. Stan Lee hat die Tür auf seinem Leere, um zurück zu der Meeting-Rum. Und hier ist es. Ich bin jetzt hier. 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 Und so die zwei von ihnen rettoren durch die Maintenance-Sektion und wandten direkt nach der Opposite-Tür. Wo kann ich hier lang gehen? Wo komme ich hier hin? Okay. Wir machen nochmal einen Neustart. Hätte ja sein können, dass man irgendwie rauskommt. Ähm. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps. Is Stanley without the bucket really Stanley at all? No. No, surely not. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Habe ich. Irgendwie glaube ich sind wir in einem Loop gefangen. Ich weiß den Code nicht mehr. Perfekt. Perfekt. The correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Ja, natürlich. This is certainly the most logical explanation. Ja. Ich überleg gerade. Also, ähm, wenn ich merke, dass sich Enten immer wieder wiederholen, die wir halt schon hatten, ähm, dann werde ich das Let's Play irgendwann auch beenden. Stanley and the Bucket walk straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Da ist es on call. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was, that at the end of this hall, Stanley and the Bucket would both meet a common death. Waren wir schon mit dem Eimer? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Kann sein, dass wir das vor eben zwei, drei Folgen hatten. Aber ich weiß nicht, ob wir da mit dem Eimer waren oder ohne Eimer. Ich glaube, wir waren hier noch nicht mit dem Eimer. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, wir hatten das noch nicht. Also ich gucke einfach sonst im Internet nur nach ein paar Endings, die ich nicht zeigen kann. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dass wir hierhin. Ich bin ein paar Prädchen. Ich denke, wir nochmal ein paar Dirięcy haben. Ich würde mich auf cette eigene Weise in Ordnung. Ich würde mir ein paar Mal sehen. Ich würde es nicht mehr so besser werden. Es hat meine Podiums nicht mehr so besser, wie fast das nicht ganz Wettbewerfte. Ich würde mich so besser tanzen. Ich würde es nicht mehr so besser machen, wenn du dich letztendlich hat. This is what Stanley thought to himself. And he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket. Normalerweise fallen wir doch runter. Farewell Stanley. Ja. Farewell Stanley, cried the narrator. As Stanley and the Bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the Buckets life came to an end, as it was crushed violently to death. It was a shame, the death of such a magnificent Bucket. It's true that all Buckets are radiant in their own way. Ja. Wir hatten das Ending auch schon. Okay, ich komme langsam an den Punkt, wo ich keine Endings mehr habe. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle hören wir auf. Ich gucke noch nach ein paar Endings im Internet. Und wenn euch das ganz gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Bis dann und ciao, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020